Ich bin wieder da! Naja, jetzt geht's weiter. Aufzug nach oben. War ich hier schon? Ja, hier war ich schon. Hä? Ach so, ja. Oh, okay. Hier war ich definitiv noch nicht. Ich hätte mich nicht erschrocken. Ne. Hui, war unheimlich. Doppelt gemoppelt hält besser, ne? Was du vor dir sehen, ist ein Relic-Code namens Uwaka, oder nur Soulcube. Es wurde in 2104 gefunden. Hm. Guck mal, was denn da hinten ist. Nein, der Raketenwerfer hat keine Munition mehr. Nein. Okay, mach ich mal an. Was ist denn eigentlich ein Soulcube? Ach, ich soll diesen Soulcube finden, oder? Ach. Welch der Main-Portal? Ups. Da, 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 da. So stark sind die hier gar nicht. Das ist ganz leicht zu besiegen. Ach, zu wenig Ammo. Jetzt zieh ich mich lieber auf die Schroti. Oh, wow, 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 wow Ups. Was? Ich bin verarschen. So. Naja, habt ihr schon gewusst, dass die meisten Lichtquellen in Doom 3, in der Doom 3 Engine, nicht durch Lightmaps erstellt werden? Also die sind... Äh... Äh... Ich meine... Anlagt oder so kann ich das hin. Ich meine, die sind... Äh, wie soll ich das sagen? On the fly hergestellt. Es existieren keine Lightmaps, deshalb haben auch alle Modelle so Schatten. Ich würde diesen Computer herunterfahren. Wenn der funktioniert, ist der dann nicht. Was? Äh... Äh... Ertests-Code. 436. 436. Nein! 436. 436. Ähm... Level 3 Edges. Also es heißt... 4, 6, 3! Nö, dann bin ich blöd. 4, 6, 3! So ein Scheißdreck. Eieieieiei! Was ist denn das für ein Vieh? Mist! Ich brauche Raketen. 4, 6, 3. Yay. Daneben. Eieieiei. Was? Der kommt von hinten. Penisarm. Let's play. Nein, nein, nein. Nichts ernst so. Wenn ich das zum dritten Mal nicht schaffe, muss ich leider cheaten. Oder? Mal gucken. Hä, was? Load Game. Quick Save. Vielleicht kriegt das Ding mehr Auer, wenn ich jetzt Explosionen aussetze. Shit, shit, shit. Nein, ich muss leider cheaten. Tut mir leid. Das ist unmöglich. Tut mir echt leid. Aber ich muss das tun. Es tut mir wirklich leid. Tut mir auch selber weh. Was? Egal. Gott. Tut mir, tut mir eh richtig leid. Aber es geht nicht anders. Was? So einfach ist das? Ich muss jetzt verarschen, oder was? Nein, warte, 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 warte. Gott. Was bin ich jetzt? Komm, ich dachte, Fehlermeldungen. Oh, du Spreiterhead. Gott, Mord. Okay, jetzt bin ich aus. Super. Das ist eigentlich gar nicht so. Das tut mir auch selber weh. Tut mir leid, aber es ging nicht anders. Ich hoffe, ich habe Verständnis dafür. Autsch. Mensch, das war richtig schön, ey. Also, ich entschuldige mich nochmal. Es tut mir wirklich leid, aber es ging einfach nicht anders. Nimmt's mir wirklich nicht übel. Seid ihr nicht böse auf mich? Könnt ihr mich ruhig deabonnieren und so macht mir nichts aus, aber es tut mir trotzdem leid. Game saved, okay. Hallo, ich möchte was bestellen. Ein Hamburger. Doppelt mit dem Menü. Mit Milchshake. Ist da niemand? Scheiß, Scheiß-Service. Sind ja auch noch da. Wow, 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 wow. Yay. Oh Gott, ich habe nur noch zwei Health Points. Wo gab es eine Explosion? Ja, Leben. Gebehr dich, Scheiße. Security Cam. Access granted. Ups, was? Mann. Snaffed, ey. Wah. Hier ist eine blutige Tür. Help me. Help me. Ich kann dir nicht helfen. Du kannst hackst dich ja nicht, du Opfer. Ui, was geht denn da ab? Zu viel Blut. Ah. Zu viel Schwänze. Zwei. Haha, war schneller. Die sind auch noch da. Super. Die fäden sich nicht weg. Das gibt es nicht so Feines. Neben. Clips. Computer herunterfahren. Ich muss diesen Computer herunterfahren. Das braucht so viel Akku. So. Da runtergefahren. Das sind alle Viecher. Mann, wieso lassen die alle ihre Laptops an? So. Aus. Und nochmal. Nochmal. Aus. 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 Wusch. Ich mach für mich ein Archivement. Alle Laptops müssen ausgeschaltet werden. Na. Geh. Komm. So. Hm. Ja, Moment mal. Tja, ich hab, äh, ne SMS bekommen. Anruferinnerung von irgendwas. Keine Ahnung. Und auch wieder diese Fake-Türen. Was denn denn das? Okay, ich muss hier wohl die blutige Seite wähnen. Eiei, ei, ei. Das spiegelt leider nix. Kampf in der Toilette. Ich muss wieder pissen. Gepisst. Und Toilettenpapier. Hört sich auch richtig an, wenn man draufhaut. Das ist alles? What the fuck? Da kann fließendes Wasser. Ich hab aber Du es. Wie sieht's denn aus, äh, wenn ich schieße? Mal gucken. Bin neugierig. Bisschen hastig, die Animation. Egal. Hallo. Ha, der Zersonal trifft gar nix. Nöp. Ich destroy euch auch mal. Selbstsprengung. Ich bin so ein Attentäter hier. Eiei, ei, ei, ei. Das ist nicht die feinde deutsche Art. Shit. Zu wenig Leben. Wie mach ich das jetzt? Ich hab keine Raketen oder sowas. Nein. Äh, Mist. Na egal. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Ciao. Ciao. Ciao.